So, wir kommen zurück, im neuen Jahr, und zwar der dreistigste dürfte es jetzt sein, also schon eine kleine Feierlichkeit, also letztes Mal wurde uns eintredet, wir wären verrückt, deswegen sind wir jetzt im Accordone Lake Lodge bei Dr. Harkman, und auf jeden Fall ist jetzt der Strom ausgefallen und die beiden Brüder Thor und Odin. Wir haben uns gerade mehr oder weniger erzählt, dass wir das hier zu ihrer Farben sollen, und dass hier alle ein bisschen verrückt sind, und ich habe jetzt mittendrin aufgehört, weil ich nicht wusste, wie lange der Dialog noch dauert, Mauszeiger ist da weg, und deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter. Also, heute spielen. Heute spielen? Ha. Was ich denn, Night Rings spielen? Sehr schön. Sehr lustig. Ach, hier müssen wir noch was machen. Die Wahrheit, wir haben eine Seite bekommen, Thomas Zaynes Schriften und sein Assistent. Zayne konnte die Gedichte spüren, wie sie Gestalt annahmen und Dinge formten. Beim Experimentieren stellte er sich vor, er könne die Macht durch die Schreibmaschinentasten spüren. Es berauschte ihn, erfüllte ihn aber auch mit Furcht. Wäre er nicht sein Assistent Emil gewesen, hätte er aufgegeben. Doch Emil überzeugte ihn vom Gegenteil. Auch er war wortgewandt. Okay. So, Thor, Odin, ihr erzählt zwar viel, aber ich muss hier vorankommen, dass ich mich noch acht vorgegeben. So müde, Mann. So müde. Wie schlafen. Achso, zu ihrem Zimmer zurückkehren. Das haben wir schon gelesen in der letzten Folge. Wenn ihr wissen wollt, was da steht, dann schaltet auch die letzte Folge ein. Und dann könnt ihr ja auch gleich gucken, was da so ist und dann könnt ihr dann wie toll aus ist. Nein, müsst ihr nicht. Ihr könnt auch mal angucken, wenn das wollt. Oh. Klar, der Doktor will, dass ich auf Wake aufkasse, aber hochklick, wenn ihr aufmöglichst. Hm. Komm mal, ich werde schon. Hey, Wake. Tun Sie Dr. Hartmann doch den Gefallen und versuchen das mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in ihrem Zimmer. Wir kommen über die Treppe dort zu ihrem Zimmer. Achso, ja, toll. Die Empathie. Brauchen wir. Irgendetwas stimmt nicht. Hartmann hatte Probleme mit der Stromversorgung erwähnt. Vielleicht gab es deshalb den Generator und die Lampen auf dem Wacko. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie, es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch. Da, wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Okay. Hm. Leute, ich mache jetzt mal ganz kurz einen Break. Ich will wissen, wofür dieser Code da ist. Ich muss mir dafür kurz die richtige App runterladen. Aber ich will jetzt wissen, wofür, weil der wird bestimmt irgendwas zum Einscannen sein. Also, ich mache kurz einen Break. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe jetzt nachgeguckt, also die Datei, also den Barcode, den man scannen muss. Das ist gut eine Viertelstunde her, wo mein Handy so lahmes Internet hat. Und es geht dabei um, äh, es scheint wohl jeden Tag ein Barcode gegeben zu haben. Wir haben jetzt sicher der erste, den wir gefunden haben. Und da ist dann halt ein Bild, äh, von einem Typen, der schmerzverzerrt guckt. Ähm, und da steht dann eben, Verstopfung, das ist wirklich schlecht, oder so, äh, das klingt wirklich schlecht, oder irgendwie sowas stand da. Aber ich werde das, ich bringe das Bild hier im Runterladen nebenbei, und werde es einfach mit auf das Video schneiden. Werd es wahrscheinlich jetzt. Ups, ach ja, ich habe ja, ach ja, die Maus ist ja im Dingsten verlinkt mit der Steuerung. Werd es auf jeden Fall hier so irgendwo. Ich werde das Bild in diesen Bilderrahmen werfen. Also, wenn ihr später guckt, könnt ihr in diesen Bilderrahmen jetzt das Bild sehen. Schön. So, dann können wir jetzt weitermachen, ohne Bild im Bilderrahmen. So, der fährt jetzt wieder aus. Thermoskanne, Thermoskanne. Thermoskanne, Tee, Kaffee. Rückflicht auch ein Schnäppsel, man weiß das nicht. Okay. Das könnte das Spiel interessant sein, wenn da unten Dingsten sind. Besessen da. Lane. Das ist so. Kann ich nicht rein in die anderen Zimmer, kacke. Oh. Da kann ich rein, cool. Was liegt da rum? Achso, Malteblende. Äh, Malteblende. Zeichen. Ach, ich gucke gar nicht, wie die Dinger heißen. Diese Künstlerpaletten. Amazone. Amazone. Da ist der Woklopter. Das ist wirklich... Nein, das bringt die Videogame. Okay. Ah, cool, hier stehen Xbox 360 rum. Und jetzt Xbox 360 Night Springs Game, das ist cool. Ja, das war's auch schon. Wir sind da. Hey, Wake, Sie bleiben hier, ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Okay. Die Dinge geraten schnell aus den Fugen. Kranker Scheiß, Mann. Seite. Das ist mein Sturm. Ich bin dran. Hartmann redete, während er Barry stolz herumführte. Immer wieder fing er von seinen Jagdtrophäen an. Barry war beeindruckt, doch er war wegen des Geschäftes hier. Er hob seine Stimme an und unterbrach den Monolog. Hey Hartmann, wo steckt er? Irritiert brach Hartmann mitten im Satz ab. Er nickte einem hühnenhaften Wärter in der Nähe zu. Der Mann lächelte und ließ eine geübte Hand auf Barrys Schulter klatschen. Okay. Hier stimmt irgendwas absolut nicht. Das ist unsere Comeback-Tour, Baby! Ich bin nur davon, wenn wir unsere zwei psychopatische Brüder, die Wölze mit Hämmern verprügeln. Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Gehörte sie zu Hartmanns Gehilfen, hatte sie es verdient. Ich habe den Schlüssel zum Bürotrakt bei Sinclair gefunden. Der Backstage-Bereich gehört dir, Tom! Nimm dein Schicksal in die Hand! Ich musste in Hartmanns Büro. Er hatte alle meine meiner Skriptzeile. Dort bewahrte er sie auf. Kommt, die Hörschung bei uns, der Tensken-Bird! Es wird Zeit, die Zeche zu zeigen! Was ist die Pist? Vielleicht sollten sie mal kurz rauskommen und unsere treffaltigen Windel-Ersche verböbeln. Treffaltigen Windel-Ersche. Laut Beschriftung auf den Bändern handelte es sich um Hartmanns Mitschnitte von Patientensitzungen. Auf einem der Bänder stand Alice nahe. Einen Moment lang stoppte mein Atem. Okay. Also, Mrs. Wake, was können Sie mir über Alans Probleme berichten? Er gerät immer mehr außer Kontrolle. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig. Er... Ihnen gegenüber? Nein, nicht mir gegenüber. Nein, niemals. Ich. Manchmal wünschte ich was. Alan würde mir eine scheuern. Denn es würde wenigstens zu einem Gespräch hören, die mir sich nicht einfach entziehen kann. Aber nein. Er... Alan schläft nicht besonders viel. Und die Arbeit? Na ja, er schreibt nicht. Gar nicht. Er sitzt nur stundenlang da und wird immer frustrierter. Und ich kann nicht mit ihm reden. Nun, Mrs. Wake, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Hm. Ich weiß nicht. Ich möchte sagen, ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an. Und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber... sage Sie das denn nicht? Nein. Nein. Ich habe es versucht, aber... Er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken. Redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich hören. Er lässt mich nicht mehr an sich hören. Er lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier. Selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin in meinem Latven am Ende. Wenn Sie ihn einfach her schaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja. Aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich Ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zu bleiben. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf. Er war nur ein Mitschnitt. Nur eine Aufnahme. Das Schlimmste war, dass er nicht mehr Zeit hat. Hartmann war nicht glücklich. Mord konnte es in seinen Augen sehen. Also senkte er rasch den Blick. Er hatte es verbockt. Und er wusste es. Die Schande des Versagens lastete schwer auf ihm. Er hatte nicht erwartet, dass Wake um mehr Zeit bitten würde. Und hatte zwei Tage gestammelt. Weniger als Wake wollte. Damit er sah, wer das Sagen hatte. Doch das war nicht Hartmanns Plan. Ich betrachtete das Foto an der Wand genau. Auf ihm war das Klinikpersonal vor der Lodge zu sehen. Ich kannte den Mann neben Hartmann. Er war der Entführer. Hartmann hatte die ganze Zeit mit mir gespielt. So ein Fichser. Entschuldigung. Alles klar? Ja, äh, ich meine nein. Die Cops haben mich im Wagen von Rose gefunden. Sie waren aber ganz okay zu mir. Ich bin hier ganz klar ein Opfer. Und habe verlangt, wie eines behandelt zu werden. Weil ich's... Oh. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Allen, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Oh, ja. Ein Versuch, was wird? Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, was... Hartmann, Klappe. Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns dein Auto. Oh. Lass uns. Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Ich hasse ihn so gar nicht. Ich hasse ihn so gar nicht. War das gerade ein Grinsen? Er hat sich ja tierisch so gefreut, dass der Kerl verhalten ist, aber... Das Dunkel würde mich in Kürze haben. Ich musste einen Ausweg finden. Hartmann verfolgte Alan Wakes Sturz durch sein Fernglas. Als der Schreiber aufs Wasser prallte, befahl er Jack, mit dem Boot hinzufahren. Die Position war dank der Extra-Lichte auf dem Boot in der Dunkelheit gut zu sehen. Die Leuchtfackel trieb brennend auf dem Wasser. Jack drehte das Radio lauter. Der Motor spuckte. Die Musik war grob und rasselnd. Den Anderson-Brüdern hätte sie sicher gefallen, doch Hartmann ignorierte sie. Wake war endlich zum Greifen nah. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufnehme. Deswegen mache ich hier jetzt einen Break. Da ich nicht weiß, was ist passiert, muss ich jetzt wirklich mal einen Pause-Screen im Break machen. Tut mir leid. Okay, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich werde das mit dem Bild natürlich euch zeigen. Das ist eine Gift-Datei. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Mir hat sich immer Freude gemacht, für euch Videos, für euch ein Video zu machen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ich bin raus.